hallo freunde und herzlich willkommen zurück beim secret of mana ps4 remake ja in der letzten folge haben wir es endlich geschafft den weisen luna zu treffen und nachdem wir seine prüfung bestanden haben sind wir nun auf wenn ich mich recht entsinne genau diese kleinen insulieren nähe das ist die falsche richtung wo ist das kreuz das ist die goldinsel ist der leuchtturm wüsstest du das hier sein genau genau hier zum mannertemel bei korallenriff na dann können wir sehen was was uns erwartet denn diesmal müssten wir eigentlich rein dürfen na klar das hier komische schariken ich meine die olle sieht ein bisschen gut aus aber der sieht die bislang ist auch so der kreuz in den nirgendwo in der kreuz kreuz den liebsten oder in der reichung zudem ist der kreuz in der nirgendwo wien hochkontakt so stehen mal an der europäische Nein, aber ganz ehrlich, als ob, ähm, na, wie hässt du denn aus dem ersten Tempel hier, unser olle Wasserhexe da, äh, nicht mal Bescheid gesagt hätte, dass irgendein Siegel gebrochen ist, weil wir ja bestimmt zurückgekommen und hätten es wieder versiegelt. Warum denn nicht? So, jetzt stehe ich die, was du willst, ne? Herr Schatz, bitte, ich bitte, ich gehe zu mir, Herr Schatz, um den Schatz zu treffen. Mhm. Äh, ey, ich will auch was dazu sagen. Mhm, du warst auch da? Okay. ja wir werden es ja sehen ok das ist jetzt schon wieder mal wohl hier bin jetzt komplett aus Ganz schlechte Idee. So, dann machen wir mal eine Analyse-Zauber-Freund-Blase. So, dann funkt er ja nicht so viel. Oh, okay. Natürlich, immer auf mich, aber man... Alter, lass doch mal Prim in Ruhe. Natürlich. Das ist auch so eine Sache, dass man hier nicht vormerken kann mit dem Zaubern, was ich einsetze. So, dann gucken wir mal, ob das es bringt. Ja, klar. Wie lange sügt denn, ob wir das in den Südschild? Mal schauen. Ja, dunkler macht mal einsetzen. Was ist das irgendwie ein Quatsch? Ich wollte wissen, wie der darauf reagiert. Okay, auch abgewehrt. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Komischer Name. Muss ich nochmal nachgucken. Oh, wie, ich hab's keinen Bock. weg. Ja, du... Die dueindruckte ich. Ich spür auf. Ja, ich spür auf. aber dann nicht so wieder oben und hier gibt es nichts und hier gibt es nichts wie sogar schon da kein imperator mehr hier das ist ein quatsch fug die sind doch erst nach oben gegangen die können ja halt doch dein schwer rein wer redet da oh nein kommt auch mit uns mit genau das weißt du doch nicht das kriegen wir doch wieder hin das würde ich auch hoffen ja genau im tempel hat er uns abgeholt wie naja mir ist nichts passiert ich gehe noch mal runter in den manor tempel schimmer du stehst neben gegnern freund blase und und sind oder in den Platz so gut nach dem hier sind anrufen nachhaltig zu können ach man wohl hier ist die unterwürdigkehreste war das kann holte auch haben so muss können was ist okay ok jetzt greifen sein natürlich diese konter magie dinge hallo na geht doch so warte mal ich versuche den raubi den healer auch noch komm stürt hallo greift ihr auch mal jetzt greift ihr wie man so schön quatsch wo kommt ihr hier nicht weiter ja Ja, komm. Oh, ne. Ich hasse euch jetzt schon. Oh, da ist ein Soldat. Hm. Tschüss. Oh Gott. Jetzt schlägt es aber 13, oder? Ist echt hier alles dabei. Hä? Äh. Ach, lass mir raten. Ja. Hopp. Hä? Sind wir jetzt hier kaputt? Also manchmal... Oh Gott. Ähm, natürlich. Ach je weiß... die kusch sind schwer die mädels in was ist für ein frischland natürlich doch dass ich keine magie beherrschen wieso ist es jetzt noch ein zweiter da jetzt fangen wir noch hier ein kub zu legen wenn liegt ein froschen küken moment hier mal ach da ist ja immer je nach unsichtbar war jetzt ja auch schon scheiß vogelvieh zu legen da war doch was zum drücken das muss ich doch bestimmt alles drücken aber ich habe keine magie du na dann Hup, 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 hup Alter Da sind die alle, achta, nur drin Komm schon Aha Timing ist alles, sag ich nur Hup, hup Nö, 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 nö So, hier Hä? Och, nö Hier kommen Äh Prim Danke Prim Ähm Oh, ich hab ja okay, meiner Schwert um Hehe Okay Ahja, okay, Feuer Wieder mal Das trifft sich gut, dass wir alle was haben Hm Genauso würde man da sagen Das haben wir eigentlich mit ihr für Magie hier Ja Wiederbeleben Und Konter Magie Och, das ist fertig Was jetzt mit dir? Schlummerblüte und Durchbruch Okay Äh, Feuer holt mal Was? Der Kopf ist ja wieder nachgewachsen Komm schon, Po-Boy Was ist jetzt nicht denn Konter gekommen? Nö, 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 Freundchen, die Heilung gibt's nicht Gibt's nicht so lange gehst du mir auf den keksfreund Laza da kommt es reich langsam ja 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 ich das nicht mehr ja 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 Alter Oh Oh da wird trop wenig WG Hmm Bringt mir den Warte mal Peitsche hatte ich doch auch immer Stufe 2 Oh Oh Öhm Trüm du brennst Alter, komm, geh mir nicht um ein Zimmer. Ja, mit dem letzten Schlag stirbt es. Naja, wenigstens wirbleibt. Oh, und der Patschmorp. Oh, und der Patschmorp. Jetzt werde ich mich überraschern. Schau mal! Was solltet ihr aber tun? Du bist doch bestimmt die Tochter vom alten, oder? Sie sind immer noch nicht. Ich kann mich nicht immer wieder erinnern. Ich bin immer noch nicht... Ich kann nichts sehen. Ich bin immer noch schnell. wieder beim Ende einer weiteren Folge vom Siegel of Mana PS4 Remake Let's Play. Wenn ihr wissen wollt, wie es weiter geht, schaltet doch gerne in der nächsten Folge wieder ein und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Von daher sage ich mal, ciao, ciao.